oder bei dem live stream ankündigung für oder das sagt ja das sagt den 30 juni 18 uhr oder 20 uhr weiß nicht ganz genau ich glaube tendiere er richtung 20 uhr kann aber auch 18 uhr werden stellt euch einfach mal auf alles weiß ein mit 18 uhr noch nicht online bin dann bin ich um 20 uhr oder stream online geht wie immer eigentlich auch zehn minuten früher und ja wir sehen uns wir spielen wieder minecraft live in the woods kingdom auf wie sie das community projekt ja schalt bitte ein auf twitch tv slash den sets player ich wiederhole twitch ist unten aber auch noch meine video beschreibung verlinkt wir sehen uns dann morgen tschüss wir sehen uns dann index